Übersetzt heißt dieses chinesische Gericht drei Schätze aus der Erde. Und der Name täuscht nicht, da das Zusammenspiel aus diesen drei einfachen Gemüsesorten einen wahren kulinarischen Schatz ergibt. Die Aubergine habe ich halbiert und dann in etwa vier Zentimeter breite Stücke geschnitten. Danach wird sie in einem Sieb mit Salz vermischt und lassen sie dann für 30 Minuten entwässern. Die Kartoffeln habe ich auch halbiert, in etwa ein Zentimeter breite Stücke geschnitten und dann in reichlich Öl etwa zehn Minuten beidseitig goldbraun gebraten. Die Kartoffeln werden zur Seite gestellt, die Aubergine etwas ausgepresst und dann in Speisestärke ummantelt. Danach kommen sie in die gleiche Pfanne und werden für etwa fünf bis acht Minuten kross gebraten. Jetzt werden noch die Frühlingssiebeln sowie Knoblauch angeschwitzt, ergänzen unsere grüne Paprika und vermischen in der Zwischenzeit Sojasauce, Reisessig, Braunzucker, Wasser und Speisestärke. Geben es in die Pfanne dazu mit unserem knusprig gebratenen Gemüse und fertig ist unser veganes Wunder.